Hallo und herzlich willkommen zum DropFilm Talk, unser heutigen Review von Becky. Ich habe es ja versprochen, es gibt wieder einige Reviews von Filmen, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Und zwar habe ich und da Becky mal rausgesucht. Becky fand ich ja richtig gut, vor allem der Trailer hat mich sehr beeindruckt. Ich habe es auch schon in den News vor ein paar Wochen erwähnt, als der erste Trailer dafür rauskam. Es ist ein Video-on-Demand-Release, der in den USA definitiv rauskam. In Deutschland, glaube ich, gibt es noch kein Startdatum dafür, aber das wird sich sicherlich demnächst noch ändern, weil ja die Kinos langsam wieder aufmachen und auch solche Filme einen Kino-Release definitiv bekommen sollten. Das Besondere an diesem Film ist, wenn man das mal betrachtet, dass Kevin James dort mitspielt und dieser Film ins Horror-Thriller-Genre fällt. Und das ist wirklich sehr interessant zu sehen, da ja Kevin James ja bekannt ist für den King of Queens, den er selber gespielt hat, für sehr viele Comedy-Roles, die er gemacht hat. Aber hier spielte er einen sehr stark tätowierten Neonazi, der in ein Haus eindringt. Und das ist quasi die Prämisse des Films. Was natürlich sich erstmal sehr komisch anhört, wenn man sich halt, wie gesagt, Kevin James dort vorstellt. Lasst es euch gesagt sein, das anzugucken, wie Kevin James das spielt, ist eigentlich unglaublich. Also, dass er so, das schafft, so das Genre zu brechen und was ganz anderes da zu machen, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. In weiterer Hauptrolle haben wir Lulu Wilson, die man aus Annabelle Creation kennt und sie ist sozusagen das Kevin-allein-zu-Haus-Pendant, was in eine sehr, sehr brutale Art und Weise Rache nimmt für Dinge, die in diesem Film passieren. Jetzt geht es in die Spoiler-Richtung, also lasst euch das gesagt sein, denn sie hat auch einen Vater, nämlich der verwitfert ist und der wird gespielt von Joel McHale. Und der möchte seine neue Freundin heiraten, die von Amanda Bruegel gespielt wird und die sind da, die fahren auf so ein Landhaus und möchte da halt Becky so ein bisschen versuchen einzuholen oder beziehungsweise einzukriegen, dass sie sich darauf einlässt und mit der Situation klarkommt. Ja, und dann steht auf einmal Dominic vor der Tür, der, wie gesagt, der Charakter von Kevin James ist und der redet über Hunde und weil er natürlich Aryan Brotherhood ist und ein paar Leute mitgebracht hat, sagt er denen, beziehungsweise instruiert er denen natürlich diesen Schlüssel zu finden und er ist an dieser Tür und redet von Hunden und reinrassig, weil er natürlich auch Amanda Bruegels Charakter sieht, die ja biracial ist, glaube ich, oder african-american, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall eine Person of Color ist und da merkt man auch dieses Böse, was eigentlich da in diesem Film passiert ist, weil der Film ist wirklich recht einfach, vom Konzept her ist jetzt nichts, wo man sagen würde, oh, das ist hier Christopher Nolan neuer Denkansatz-Shit, sondern es geht eher in die Richtung, dass, wie gesagt, es sehr, sehr böse Menschen gibt und sehr, sehr gute Menschen und die treffen halt hier in diesem Fall aufeinander und dann muss man natürlich das tun, was man tun muss, um zu überleben. Weitere Spoiler sind in dieser Sache, es geht um einen mysteriösen Schlüssel, der gesucht wird und dieser Schlüssel, das ist ein Kritikpunkt an diesem Film auch, dass der gar nicht so wirklich erwähnt wird oder beziehungsweise jeder weiß, dass das gesucht wird, aber es wird nie erklärt, warum man diesen Schlüssel sucht beziehungsweise warum Dominics Charakter, also Kevin James' Charakter meine ich, diesen Schlüssel unbedingt haben möchte. Das wird nie erklärt und das ist auch ein Schwachpunkt des Films, wo ich sagen muss, ja, das hätte man ein bisschen weiter ausarbeiten können, aber insgesamt ist es doch trotzdem, funktioniert das trotzdem, also wenn man sich darauf einlassen möchte, dass es um dieses MacGuffin geht, aber wenn nicht, dann wird es schon schwierig und man hinterfragt diesen Film doch wirklich sehr. Ja, sobald die Familie dann quasi gefangen genommen wird in diesem Haus, Becky sich ja schon entfernt hat, weil sie natürlich mit der Situation im Vorfeld nicht klarkam, mit der neuen Mutter und so weiter und so fort, suchen die restlichen der Truppe, dieser Neonazi-Truppe, nach Becky natürlich, beziehungsweise nach weiteren Personen, die in diesem Haus eigentlich sein müssen und ja, dann wird, dann greift Dominic dazu, dass er Joe McHales' Charakter nimmt und im Wald, sag ich mal, mehr so auf Deutsch, tortured, also auf jeden Fall ihn die Daumenschrauben, Daumenzwingen anlegt, oder Daumenzwingen, heißt das glaube ich so? Ich glaube schon. Und ja, da will er natürlich Becky rauslocken und verursacht, dass halt die, dass sie halt sich ergibt und den Schlüssel, beziehungsweise das, was auch immer gesucht wird, ihm überbringt. Das geht natürlich gehörig schief und der Vater stirbt und das ruft natürlich Beckys Survival-Instinkt noch mehr auf den Plan, dass sie dringend überleben muss, weil die Neon, die anderen Neonazi-Kollegen hinter ihr hergeschickt werden und dann wird's immer düsterer, also beziehungsweise sehr gory auch und da dachte ich auch so, eine Szene, die ist auf jeden Fall, da will ich auch nicht spoilern, die ist so, wow, wow, da dachte ich auch, what the fuck? Und das war einfach richtig krass, ich hätte es nicht erwartet so, ich saß auf jeden Fall aufrecht auf der Couch und man muss auch sagen, wie gesagt, die Regisseure, weil es sind zwei, Jonathan Millett und Carrie Mornian, die schrecken da nicht zurück und obwohl der Film irgendwie, glaube ich, als NC-17, also in den USA, FSK 16 dann sogar sein, bei uns, zurückkam, frage ich mich, dass natürlich was in der vollständigen Version, beziehungsweise wenn was geschnitten wurde, was da noch drin gewesen wäre und das ist schon doll und ich muss schon so ein bisschen sagen, das Ganze von den Kevin-James-Wandlungen hat mich sehr daran erinnert, an Vince Vaughns Charakter in Brawl in Cellblock 99, der ja auch da seinen Kopf rasiert hat und so einen Schlägertypen spielt und das ist wirklich sehr interessant und ich finde halt in dieser Variante macht das auch Kevin-James-Performance sehr glaubhaft und auch effektiv in den meisten Fällen. Er hat natürlich manche Sachen, wo man nicht sofort darauf einsteigt, aber das tut der Sache keinen Abbruch und man kann trotzdem sich in diese Charaktere beziehungsweise kann die als glaubhaft anerkennen und in seiner ersten wirklichen Dramarolle muss man wirklich sagen, da hat er wirklich viel reingesteckt und hat auch das wirklich zum ganzen Spektrum ausgespielt und das hat er wirklich sehr gut sehr gut gemacht, wie gesagt. Das könnte interessant sein, wenn diese Reihe natürlich in Zukunft vielleicht mal irgendwie fortgesetzt werden würde, weil das würde ich ganz interessant finden, wenn man zum Beispiel irgendwelche Comedy-Legenden oder Sitcom-Legenden nimmt und in solche Charakter dreht, sei es irgendwie Ray Romano vielleicht, Raymond hates everybody oder sowas in der Art halt, wäre schon ziemlich lustig und da gibt es natürlich viele weitere Beispiele, die da Sinn machen könnten und das ist wirklich sehr interessant gemacht. Was ich sagen muss noch als weiteren Kritikpunkt, es gab ja wie gesagt mehrere Neonazi- Gang-Mitglieder und die sind ein bisschen fragwürdig an manchen Stellen und da muss ich auch sagen Robert Maile wird das glaube ich ausgesprochen oder Maile der spielt Apex und das ist ein riesiger riesiger Typ und der war ja ein hervoriger Pro-Wrestler und der spielt so eine Art so besanften Riesen könnte man sagen und da ist es dann wirklich manchmal fragt man sich also wo er steht genau weil man das wird nicht das wird nicht deutlich sondern hat grauer Charakter zwischen schwarz und weiß oder beziehungsweise in dem Fall zwischen gut und böse und die Idee an sich des Charakters ist ein guter Ansatz aber ich finde die Umsetzung ist vielleicht zu komplex für diesen Film oder man beziehungsweise wird nicht gut genug ausgearbeitet dass es im großen und ganzen Sinn macht daher wäre es vielleicht gut gewesen das Ganze wegzulassen aber nichtsdestotrotz erscheint es mir wirklich als interessanter Wendung oder beziehungsweise interessanter Ansatz im Film und das ist auch schon eine gute Sache dass der Film auch mehrere Ideen oder beziehungsweise mehrere Punkte abdeckt und nicht nur so schwarz und weiß ist sozusagen weiterhin kann man noch sagen was mir auch noch nicht so ganz gefallen habe ich ja schon erwähnt das McGuffin also mit dem Schlüssel und so weiter und so fort und natürlich es sei gesagt auch dass es zu Tiermissbrauch beziehungsweise also beziehungsweise dass es nicht also in echt passiert aber es wird gezeigt und das ist ja auch schon für viele verstörend ich meine nur John Wick als Beispiel zu erwähnen und da ist es ja auch schon da ist man so wie gesagt an diesem Hund und an was da passiert orientiert man sich so sehr dran dass man natürlich will dass diese Typen ihr Fett wegbekommen und das ist wirklich ein Punkt den man auf den man vielleicht aufpassen muss beziehungsweise wenn man das nicht abkann sollte man diesen Film vielleicht nicht unbedingt gucken was noch zu sagen ist ist der Score von Nima Fakhara ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen die hat den Score gemacht der ist sehr elektronisch fast 80-style wirkend und das sieht man ja auch schon im Poster was ich dahinter habe von Stuart Holroyd der hat das gemacht und das ist auch ein wirklich sehr cooles Poster geworden und der der Aspekt darauf ist natürlich auch beziehungsweise das spiegelt sich in diesem Score sehr schön wieder und auch das Special Effects Makeup sieht sehr gut aus es wirkt alles wirklich außerordentlich gut und da kann man wirklich sagen für diesen Genre Film der auf Video und Demand rausgekommen ist da habe ich schon viel 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 schlechteres gesehen und es lohnt sich hier einzuschalten und diesen Film zu gucken es ist auf jeden Fall ein voller Spaß ich gebe dem Ganzen auch natürlich nicht aber auch 8 von 10 Punkten weil ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ich fand das als Genre Film wirklich ausgezeichnet also ich bin gespannt wenn ihr diesen Film geguckt habt wie ihr es fandet checkt das Poster aus von Stuart Holroyd ich habe noch eins von wenn ihr hier mal reinguckt habe ich noch reingepackt das Poster von Neto Riberio Riberio der das im Hintergrund zu sehen werde ich auch noch verlinken sehr cooles Teil finde ich auch sehr passend weil diese Stifte eine wirklich wichtige Rolle spielen von daher checkt das aus es lohnt sich meiner Meinung nach diesen Film zu gucken und ich bin gespannt wenn ihr ihn gesehen habt ob ihr ihn genauso gut fandet macht's gut